Hallo und jetzt kommt zurück zu Let's Play Finamba, die schwarze Pest. Und ich suche gerade mein Handy und wir haben gut 10 Minuten. So, dann sind wir während der Stärkung gestehen geblieben, als wir so die Türe öffnen wollten und wir hier diese Hände für Dings haben. Geht jetzt auf, ja. Ah, mit der Maus kann man irgendwie zu schlecht drehen. Oh, das ging schnell. Hände. Ja, ich bin größer als Strick. Eine Schlinge, Bücher. Red, nein. Hey, es ist ja auf Deutsch. Ja, es ist auf Deutsch, je, allnächst ist schalten. In dieser Welt gibt es zwei und drei, okay. Das ist jetzt zweideutig mit dem Dreier und einigen Merkwürdig spaziert, das ist besser. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Hebel... Ja, komm, ich mach jetzt mal. Ah, ich ziehe jetzt einfach mal eins, zwei, blau gibt zwei und gelb gibt eins, zwei, drei. Okay, komm, ich ziehe das zu. Wo ist das jetzt irgendwie so? So? Ich ziehe die jetzt einfach mal alle auf grün. Mach ich grün? Grün ist die Farbe, äh, keine Ahnung mehr. Wäre das so richtig? Moment mal. In dieser Welt gibt es zweier und dreier. Moment, schauen wir uns mal nochmal die Farben an. Komm, er geht da weg und kann nicht mit diesem Händen was machen. Nö, die... Okay, ich bin das Feuer aufgegangen. Ah, jetzt geht das Feuer wieder an. Ach so, ja, er ist ja verbrennt. Okay, dann schaue ich mal bei denen. Der da muss ich auch noch aufmachen und den da. Vielleicht immer bei denen, den Arm sind zu brennen. Gut, manchmal... Dem... 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 Und... Ja, ha! Bin ich gut oder was? Dieser Ohr gehört uns. Ja, jetzt ist er meins. Ach so. Red, es tut mir so leid. Bis jetzt glücklicher. Red. Moment. Ja. Ich schaue dir das Wasser. Das Blut. Oh, was war das? Ah, Moment mal. Ich gehe da jetzt mal... Ah, he he. Nicht gut oder was? Ein blutverschmierter Hebel, ja. Ganz schön fast. Wir sind jetzt... Nein, leider nicht. Gut. Huh. Ja. Moment, ich brauche mal die Taschenlampe. Die mache ich an, mit F gut zu wissen. Diese Musik, mach mal. Okay. Ich glaube, das ist jetzt kein Let's Play mehr, sondern eher ein Let's... Fail. Irgendwann, ich... Dann darauf. Ganz ruhig. Komm schon. Nein. Aber Moment, das habe ich nicht mehr. Okay, muss ich ganz schnell... Ja, verarsch mich noch mehr. Och, Menno. Das ist so. Fies. Komm. Komm. So. Ja. Oh, fuck. Ach so. Geh kaputt. Geh kaputt. Oh, Licht. Licht, 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 Licht. Lachen. Hör auf zu keuchen, du... Psychopath. So, wir finden... Hallo. Hallo, hallo. Can you hear me? Lass mich hören. What am I doing here? Keine Ahnung. Who am I? Ich denke, wie bitte Anton von Amnesia. Why can I hear their voices? But, what, thanks for the hell. I'm having a existential nightmare and you can't even say a word. Ah, gut, wirklich. Gut, dann, äh, hier waren wir. Ja, ja, das ist mal... Hm, ein Ventil. Hab das gebracht? Nix. Kann uns auch auf die andere Seite drehen. Ah. Gut. Das heißt, nicht irgendwie schieben. Ah, äh. In dieser Sülze will ich ja nicht lange bleiben. Äh, Moment, kriege ich denn noch? Nee. Da ran, so. Hm. Ja, komm, geh ran. so gut hier sollte ich aber da rankommen so dann nehmen wir uns den hier und das saufen wieder mal kläglich daran eh was was ich schwimme da jetzt einfach rüber ja ich geh mal toll Moment ich hole hier jetzt einfach mal die Kissen ich frage mich nicht warum aber irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl hier an diesem Wasser ich sollte gleich irgendein Dämon zu kommen und hier anknabbern über Family Guider weiße Hi ja ich habe heute schon ein flittes Kind auf einem Boot gefressen ich finde es witzig auch Dien die Musik des Weiteren auch da ich bin froh wenn ich das hier fertig habe das heißt lehmann ich ich glaube dass jeder der in einem hohen gehen letztlich Ja, genau, da ging ein G an. Moment kurz, was hat die Zeit? Ja, dann haben wir jetzt schon 9 Minuten aufgenommen und es hat jetzt gerade gespeichert. Ich würde sagen, wir beenden hier mal den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen, oder? Oh, was sagt das hier? Ein Ausgang, ich würde gerne hier raus. Ja, dann geh hier raus, du Idiot. Geh hier raus, endlich frei. Bitte, ist das Let's Play jetzt zu Ende? Bitte, bitte, bitte. Let's Play sei zu Ende. Oh. Bin ich draußen? Ich sage jetzt, dass ich draußen bin. Ja, von wegen draußen. Ja, da will ich auch nicht zurück. Achtung. Ich habe schon besser... Ich glaube, ich beende hier mal das Display. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier fertig sind. Und ja, was ich nicht verstehe...